Hier ist Katalog Nummer 45, geboren am 22. Mai. Bitte anführen. Bitte anführen. Bitte anführen. Bitte anführen. Danke. Danke schön. Katalog Nummer 45. 22. Mai das Geburtsdatum. Wir kommen zur Benotung. Meine Damen und Herren, Katalog Nummer 45, 22. Mai. Die Noten für den Typ 8,5. 8,5 und die 9,0. Die Bewegung wird bewertet. Oh, welche Einheit, meine Herren, dreimal die 9,0. Und Korrektheit und Stellung der Gliedmaßen. 8,07,5 und 7,5. Meine Damen und Herren, das ist Francesco E., aus der Zucht von Hermann Nienhaber in Garrel, ausgestellt von Brigitte Erhard, gestüht Falkenhorst in Helferskirchen. Francesco E., ein Sohn des Tannenhofs Fahrenheit, aus der Estelle von Laurentio, dem Loris-Cosado-Sohn, und der Edida von Rodiamant und der Espina von Almeo. Aus diesem Stamm, Sporterfolgreiche, wie auch der gekörte Titurelle von Titus. Das Zwischenergebnis 60,67. Da bahnt sich wieder etwas an. Bis zum nächsten Mal.